Jetzt hätte ich ja Popcorn mitnehmen sollen. Tja. Ach so, ich werde jetzt hier ein bisschen sparsamer umbauen müssen. Ja, neben dir ist hier eigentlich auch schon ein, oder? Jaja, hier muss ich jetzt... Mhm. Lecker, Ananas. Wie Ananas. Ananas, willst du auch? Äh, getrocknet. Ah, lecker. Oh, das ist ein richtig schöner Apfelbund. Hast du nicht gemacht? Ich dachte, du bekannst eine schöne. Jetzt habe ich Angst. Aber der ist ein toller Stück. Ach so. Ach so. Ein lieber Schoddy, ne? Ich war, als darfst du da nachher einnehmen. Glücktief. Mercy. Also das Schlimme ist, dass die Engstelle aber erst noch kommt. Oh Gott. Ja, sie meinte aber, hier wird sie auch schon mal ein bisschen eng. Ich habe gehört Puzzeln. Soll ein aufregendes Hobby sein. Ich werde drüber nachdenken. Ja. Auf einer Seite. Wie steif hier? Ja. Ja, natürlich. Oh, ich bestehe da auf überhaupt nichts. Soll ich den einfachen Seil reinhängen und rutschen lassen, oder? Ja, hier in das... Ja. Ja, schon klar nach der Umbaustelle. Also ich wäre froh, wenn das jetzt die Engstelle gewesen wäre, aber jetzt kommt sie erst. Verdammt nochmal. Die sind da nicht oder wie? Ja, sind da nicht. Also ein Teil hat sie schon gesagt und da wo ich jetzt bin... Oh, wow. Hier sitzen Möcke aus dem Wasser. Oh. Wobei kann man der Erde so was tun, muss es da auch kontrollieren. Bei einem Fehlermaus. Okay, der Wandschmuck ist hier schon nicht schlecht. Okay. 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 70 Meter unter der Erde 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 70 Meter unter der Erde